Sie werden lachen, es wird ernst. Wir gehen nämlich heute an Bord der Roma, der Yacht von ihm da, René Benko. Herrlich, wie sie durchs Wasser pflügt, so wie der Masseverwalter durch Benkos Signer-Konzern. Ah nein, falsch, das ist nicht die Yacht, das ist das Beiboot, das ist die Yacht. Damit wissen wir auch, was Ex-ÖPAG-Chef Thomas Schmid mit folgendem Chat gemeint hat. René, du Mr. 64 Meter, irre. Allerdings ist die Yacht nur 62 Meter lang, was aber nichts am Anschaffungspreis von knapp 40 Millionen ändert. 40 Millionen oder wie Alfred Gusenbauer sagt, drei Jahre Beraterjob. Dafür bietet sie in sechs gemütlichen Kajüten Platz für zwölf Ermittler, also Gäste. Sexy Verkleidung inklusive. Ja, wie gern hätte ich Gaius Julius Benko einmal in voller Rüstung gesehen. Damit ihm die auch passt, gibt es noch ein Fitnesscenter, einen Pool und eine 27 Meter lange Wasserrutsche, die einen von ganz oben dorthin befördert, wo einem das Wasser bis zum Hall steht. Ja, die Yacht von René Benko, Traumschiff-Kapitän René, der Florian Silbereisen für die Wichtigen und Wichtig-Tour. Neben Thomas Schmid war zum Beispiel auch HC Strache an Bord in einer Drehpause seines Ibiza-Videos. Nicht gelogen. Oder Hans-Peter Weiß, Chef der Immobiliengesellschaft, kurz BIK, der Bundesimmobiliengesellschaft. Die BIK ist die Immobilienverwalterin der Republik, also jene Gesellschaft, die sich um unser aller Gebäude kümmert. Und um René Benko. Seiner Signer gehört dieses schöne Haus, die ehemalige Postparkasse am Wiener Ring. Die BIK hat es dann gemietet um dreieinhalb Millionen im Jahr und zwar gleich auf 99 Jahre. So einen Mieter muss man erst einmal finden für ein Gebäude, an dem man nicht einmal etwas verändern kann, weil es unter Denkmalschutz steht. Die Signer hat den Wert des Objekts dann gleich einmal nach oben geschraubt. Von 130 auf satte 300 Millionen Euro. Und diese Bewertung hat man nun als Sicherheit für neue Schulden hergenommen. Moment. Der Benko lässt eigene Immobilien neu bewerten und die Bank gibt ihm dafür neues Geld? Das probiere ich jetzt auch. Also, liebe Bank, dieser Kugelschreiber ist nicht mehr sieben Euro wert, sondern 500. Immerhin wird diese Sendung noch lange laufen. Dankeschön. Big Chef Weiß war übrigens genau zu jener Zeit an Bord, als die Yacht zur Immobilienmesse im Hafen von Cannes ankerte. Verkleidet als überdimensionierter Messestand. Also die Yacht, nicht der Weiß. Die Roma steht also für gute Kontakte, die sicher beeindruckt waren, dass da einer mal nicht mit dem Faden Lamborghini anrückt, sondern gleich mit einem schwimmenden Palast. Der übrigens eigentlich einer Offshore-Gesellschaft gehört mit Sitz in Malta, der Triton Charters Limited. Und wer steckt da dahinter? Gut, wenn wir das beantworten könnten, wäre es eine schlechte Offshore-Gesellschaft. Beteiligt ist jedenfalls eine Laura-Privatstiftung. Laura, so heißt eine von Bencos Töchtern. Und wie wir René Benco kennen, hatte die Tochter wahrscheinlich nach der Stiftung benannt. Jedenfalls steckt hinter der Yacht ein Konstrukt, das so undurchsichtig ist wie eine Nebelbank vor Mallorca. Und so sieht es auch in der Siegner aus. Normalerweise besteht ja ein Konzern aus einer Muttergesellschaft und mehreren Töchtern. Und Bencos Siegner-Konzern? Ja, den haben wir gar nicht einmal auf den Bildschirm bekommen. Deswegen habe ich ihn hier bei mir im Studio, also genau genommen, zumindest einen Teil davon. Wir sehen mehrere Mütter und einige hundert Töchter, die alle wieder untereinander vernetzt sind. Das sind also Familienverhältnisse wie in einer Mormonen-Sekte. Es kommt aber noch besser. Mehrere Siegner-Firmen haben jahrelang keine Jahresabschlüsse veröffentlicht. Das darf man nicht. Dafür hakelt das Verwaltungsstrafen. Ja und? Das sind lächerliche Summen für einen wie Benco. Dafür kann man ja nicht einmal die Yacht volltanken. Was übrigens eh nur 316.000 Euro kostet. Um die Strafen abzuwickeln, wurden extra Mitarbeiter eingestellt. Die Löhne dieser Mitarbeiter wurden dann von der Steuer abgesetzt. Strafen für fehlende Jahresabschlüsse? Steuerschonend umgesetzt. Genau mein Humor. Damit auch ganz sicher keiner durchblickt, gab es für den Konzern auch nie eine Gesamtbilanz. Absicht? Und wie? In einem geheimen Strategiepapier von Bencos Steuerberater steht dazu folgendes. Es soll vermieden werden, dass Signer Holding überhaupt einen Konzernabschluss aufstellt. Das heißt im Schiefjargon, wir lassen uns nicht ins Bullauge schauen. Tja, what happens on the yacht stays on the yacht. Und apropos Yacht. Die war letzten November für 39 Millionen zum Verkauf inseriert. Allerdings, nur einen Tag später war das Inserat schon wieder verschwunden. Mysteriös. Genauso mysteriös, wie die Frage, wer vom Verkauf profitiert hätte. Wir erinnern uns, sie gehörte nicht Bencos selbst, sondern einem Briefkasten auf Malta. Und genau wie auf der Yacht hatte Benco auch in seinen Firmen keine offizielle Funktion. Trotzdem soll er wie ein Geschäftsführer agiert haben. Überall. In der Signa und auf der Yacht. Gute Nacht, Österreich. Wurden Mails zugespielt, in denen sich Benco mit einem Verwalter der Roma-Yacht unterhält. Etwa darüber, ob ein Freund eines Geschäftspartners die Yacht günstiger mieten kann. Er würde gerne ohne Broker chartern und hat in diesem Sinne nach einem Discount gefragt. Benco persönlich antwortet. Schreibe ihm no Discount, da wir ein paar Tage Löcher haben zur Charter davor und auch die Überstellungskosten. Er kann gerne aber Discount haben, wenn er drei Tage mehr nimmt. Okay, sagen wir zwei Tage mehr, aber das Römerkostüm kostet extra. Ja, die Yacht, sie ist wie die Signa. Eine glänzende Kulisse, reiche Menschen, die auf dem Sonnendeck liegen und nicht wissen, was im Maschinenraum vor sich geht. Und so ist Bencos Konzern dann prompt gegen den Eisberg gefahren. Wie geht es einem eigentlich, wenn man einen Milliarden-Crash verursacht? Das ist ganz einfach herauszufinden. Wenn Sie sich einmal wie René Benco fühlen wollen, dann buchen Sie seine Yacht im Internet. Für lächerliche 420.000 Euro. Pro Woche, versteht sich. Aber bevor Sie in See stechen, bauen Sie sich ein Firmenkonstrukt, in dem Sie eigentlich gar nicht an Bord sind, obwohl Sie das Schiff steuern. Nur auf diese Weise können Sie hoffen, dass Sie nicht haftbar sind, wenn etwas kaputt geht. Logisch, denn egal ob Firma oder Yacht, so haben Sie es gut gemacht.